Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es mal wieder einen Rakel und zwar das Zweitliga-Saisoneröffnungsspiel Schalke gegen HSV. Also Schalke wird hier gesteuert von Kev und ich steuere den HSV. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich da tippen soll, ich kenne den HSV kaum noch, Schalke hat auch noch ein paar, wo ich noch kenne. Hm, na was tippst du denn? Du bist ja Schalke-Fan. Also ich hoffe mal für Schalke 2-1, aber ich bin mal gespannt, weil die Mannschaft ist ja halt kaum eingespielt, wir haben sehr viele Abgänge und Neuzugänge, aber ja. Ja, durch den Abstieg musst du dir ja ziemlich verkleinern alles. Oder es wollten halt keine mehr bleiben. Aber gut, bei der Hälfte der Mannschaft bin ich auch froh, dass die weg sind. Zum Beispiel in Oczipka oder so. Okay. Er ist gefühlt Drittliga-tauglich. Ach, shit. Also ich hasse das, wenn das so einmal hell und einmal dunkel ist. Mhm. Also ich tipp mal, ja, ich denke mal, dass Schalke ein bisschen stärker ist als der HSV, weil die ja von der ersten erst runterkamen. Also ich denke mal auf ein 2-0 für Schalke. Ja, könnte ich mit geben. Ach, Mann. Ja, das hier könnte ein Spiel auf Augenhöhe werden, weil eigentlich beide gleich stark sind, finde ich. Von der Aufstellung jetzt hier. Da sind natürlich noch alle Spieler dabei von der Saison zuvor. Ja, wollte ich gerade sagen, dass hier zum Beispiel noch ein Benchner-Leb rumrennt oder so. Oder ein Serdar. Wo ja schon feststeht, dass der bei Hertha unter Vertrag ist. Ah, Lukas ist hier auch noch, aber der isst, glaube ich, gerade. Mahlzeit. Mahlzeit. Wollen Sie auch einen Tipp raushauen, oder? 2-1. Nein, scheiße. 2-1? Okay. Ja. Gut. Ich glaube, Schalke macht's. Bundesliga ist, glaube ich, übernächste Woche, oder? Nächste. Nächste Woche schon? Ich meine nächste. Oder es ist nicht DFB-Pokal erst? Der ist am 8. Ach, stimmt, da war ja was. Wer fängt eigentlich an bei der Bundesliga? Weiß ich gerade gar nicht. Gladbach, Bayern. Ich habe irgendwo mal gehört, dass Bayern nicht anfängt. Doch, aber auswärts. Komm schon. Na gut. Ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren durch dieses komische. Ich auch nicht. Die Bundesliga fängt am 13. Nacht an. Achso, doch. Okay, da ist dann noch einiges. Das ist ja noch ein bisschen. Es kommt ja, glaube ich, noch Dings. Äh, wie heißt's? Bist du da nicht auch Bayern dabei? Aber wie heißt's nochmal? Jetzt komme ich nicht drauf. Der DFB-Pokalsieger gegen den... Oh! Jawohl! Der DFB-Pokal, meinst du? Ja, genau. Mach's sein. Der müsste da auch noch sein. Ich guck grad mal. Das ist ein scheiß Tor. Ja. Ja, der beendet ja wahrscheinlich die Karriere. Oh. Weil der jetzt schon wieder so schwer verletzt ist. 17.8. 17.8, also noch ein paar Tage später. Lauf, mein... Oh. Ich könnte mir vorstellen, dass Schalke Probleme mitbekommen wird, die schnellen Spieler bei HSV unter Kontrolle zu kriegen. Och, was war denn das für ein Pass? Oh, ey. Oh, fuck. Nein! Okay, das Rüst gekriegt, der Trick also nicht hin. Ich hab hier so einen Jungspund, glaub ich, im Tor. Weil, Dings war ja im Tor gewesen. Der ruhig dann nach Bayern ist. Ulreich. Ja. Hand hab ich auch rausgenommen. Ja, ich konnte keine Spieler raussehen, weil sonst hätte ich keine Mannschaft mehr. Alter, was ist denn hier los? Jawohl, gut gehalten. Ich will grad irgendwie nebenbei mal ein bisschen am rum experimentieren, weil ich den Trick eben nicht mehr hinkriege. Das ist doch gut für mich. Oh. Oh. Wer hat's kurz geleckt hier? Bin ich ruhig klar. Na? Oh, ich hasse das. Oh, ey. Oh, ey. Wo haben wir grad dieses Stadion hier? Ja, wenn man sich konzentriert kriegt, kriegt man's dann... Ja, aber es ist schon eklisch. Naja. Oh, ich komm nicht dran vorbei. Nein, da sollte der Ball doch gar nicht hin. Lauf, mein Junge. Oh, nein. Oh. Ach, komm. Ja, wenigstens kommt jetzt die zweite Bundesliga wieder. Da ist wenigstens ein bisschen wieder Fußball. Ja. Also, ich hab heute noch die Deutschen geguckt. Olympia. Alter. Oh. Oh. Na, hab ich gar nicht geguckt. Aber 4-2 ist ausgegangen für Brasilien, oder? Jawohl. 3er-Pack von irgendeinem Typ. Von Everton, glaube ich, war der. Richarlison? Ich glaub. Ja. Ich glaub, dass... mit der von Everton war. Ja, gehen wir ein paar. Die haben ja irgendein Bernard. Oder Bernard. Oh, und Bernard. Und halt Richarlison. Bernard ist schuld. Lauf. Oh. Ja. Jawohl. War klar, dass das Bentalab war. Direkt mal wieder aus dem Team schmeißen. So, Halbzeit. Tore 2-0. 8-0 Schüsse. Schüsse aufs Tor. 3-0. Babel. Also, alles für Kev. Ja, das ist durch das scheiß Stadion. Aber ich kann das nicht. Schau sie des. Ja, im Tiefall ist das schon ein echt kritisches Stadion. Aber im echten Leben ist schon geil. Ja, im echten wäre ich gerne dort. Oh, ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch in der zweiten Liga da eine richtig kratze Stimmung ist. Oh, ja. Ich würde mir überlegen, ob ich da auch nächstes Jahr mal hingehe. Ja, ich würde so schnell wie möglich hingehen, weil durch den vierten Lockdown Dingsbums hier jetzt. Ja, aber ich habe keinen mit dem Ständen, das ist doch das Problem. Hol dir doch, äh, Kolle mit. Kolle ist auch Schalke-Fan. Oder wahr. Wahr. Perfekt. Man weiß es ja nicht. Aber normal ist einmal Schalke-Fan immer Schalke-Fan oder so. Oh, hat der mich hier ausgespielt. Och. Der Uth. Uth ist gut. Obwohl er ja gar nicht mehr da spielt. Aber wenn soll er sonst aufstellen? Die kann dir ja einen Hoppe anbieten. Wobei der wird ja noch gehen. Wo will der... Och, was macht der denn da? Der Hoppe, wo will der hin? Äh, da hin. Ich habe doch gar nichts gehört, dass der weg wird. Na, ich weiß nicht. Nach dem Gold Cup oder so. Die wollen jetzt irgendwie auf Angebote warten. Und dann wird man weitergucken. Finde ich aber schwach, so den abzugeben. Och. Ja, was willst du machen, wenn er nicht bleiben will? Doch, der will ja bleiben, aber der Vorstand. Ja, wegen der Kohle wahrscheinlich. Ach, komm. Ey, wenn das morgen wirklich so ausgehen wird. Morgen. Ich sage heute Abend. Dann, äh, jo. Würde ich mitnehmen. Ja. Also 4-0, aber ich glaube, das... Ich weiß nicht. HSV war eigentlich immer ziemlich gut bis zum Schluss der Saison. Ja, äh, Hinrunde. Rückrunde haben die dann meistens immer alles verkackt. Ja, deswegen meine ich, ja. Äh, komm, hol dir den... Äh, ah! Ja, hallo. Wollt ihr euch mal anbieten? Äh, ja. Oh nein. Oh! Oh! Okay, okay. Ecke, ecke, ecke. Schade. Schade. Banane. Nein! Der erste... Ah, ne, oder? War das der zweite Tausstoß? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, der erste. Ja, ich meine, etwas. Ist mir aber nicht so wichtig. Bayern gegen Gladbach wird witziger. Uiuiui, ja. Dann wird's ganz schnell Winter. Für den Sommer. Mh, ja. Uiuiui. Uiuiuiui. Was ein Affe, der macht mich hier noch zur Lachnummer. Oh nein. Hätte ich doch mal das lange Eck geschossen. Ja, egal. Der macht jetzt ein Eckballton. Oder auch nicht. William auch so schlecht gewesen, ey. Oder Wink hat, glaube ich, zwei Spiele gemacht. Jawohl. Ah, welch ist ein Torschuss. Naja, später sind sie jetzt auch so zwei Torschüsse. Jetzt habe ich ein bisschen was auf dem Ding stehen. Was? Oh. Ich sehe da oben nichts. Und jetzt leckt das. Lauf, mein Junge, lauf. Nee, der ist zu faul. Schade für mich. Jawohl. Einfach zu lächerlich. Also die Verbindung von EA ist heute mal wieder 10 von 10. On point. Ja. Habt ihr gehört, dass jetzt PES, also nicht mal PES heißen soll und es dann kostenlos ist? Was? Nee, aha. Ja, das soll halt. Und dass du halt Cosplay machen kannst. Also auf jeder... Also das mit der Xbox, mit der Playstation spielen kannst. Hm. Elfmeter. Ach, mein Döö. Ach, der Kalner. was macht er den freischusspezialitäten wechseln wenn der lab und eigentlich habe ich gedacht du spielst in die mitte ja doch eigentlich schalke 08 führt 50 80 wird das weise nicht ich glaube nicht so hoch nicht man hätte ja auch auf nacht einstellen sollen auf nacht im sommer 20 30 dann auch eigentlich hell und nicht mehr so hell wie hier auch was ein typ aller lauf doch mal da ist ja mal ein ball und dann und die fresse in die fresse rollen tor wieder verletzt jetzt will er mich auf komplett verarschen typ ach ich doch nicht ich mache nur noch als mit op nein was mache ich nein alle freistoß wie freistoß ja würde mich angepackt freistoß lauf johnny ich wollte gerade flanken bietet sich meine an hier das gibt es nicht wichtig ist die null zu halten ja ja und tärchen zu machen was ist ok 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 wie er sich konzentriert nein bitte leppe schuld ach was ein pass ach schade ja kev hat hier 5 0 gewonnen ich glaube ja nicht dass in real life so ausgehen wird ich denke mal auch so 2 0 oder 2 1 ja die tipps von den anderen zwei habt ihr ja gehört bis zum nächsten mal und auf wiedersehen tschau